Krass, hier sind sie überall da hinten. Überall, ja. Wir müssen uns hier mal ins Gras legen und langsam machen, oder? Mhm. Dann sehen die uns, dann werden wir wegsnipern. Aber wohin? Direkt hier bei 350 vor uns schießt einer. Da, ich seh'n! Ich seh'n! Ja, ausgenockt. Zwei Kills, okay. Du hast den anderen geholt? Ja, der lag da direkt vor dir, Alter, dass der dich nicht gesehen hat. LOL.